Mein Name ist Stefan Schamari vom Reinigungsservice Schamari. Seit über 15 Jahren sind wir mit unserem Betrieb im Rhein-Main-Gebiet tätig. Für jeden unserer Kunden finden wir die ideale Lösung im Bereich Reinigung und bieten hier eine ausgezeichnete Qualität. Wir arbeiten mit höchster Sorgfalt und Präzision. Dabei verwenden wir ausschließlich 99,9% umweltfreundlich und abbaubare Produkte. Egal ob Glas, Flinkerstein, Dachframmen oder Mineralfassaden, wir entfernen jeden Schmutz. Auch Photovoltaik- oder Thermovoltaikanlagen sind für uns keine Hindernisse. Willkommen an jede Stelle heran. Ihre Innenräume bringen wir ebenfalls zum Glänzen. Neben der Grund- und Sonderreinigung garantieren wir mit unserer perfektiven Reinigung einen strahlenden Boden. Wir, der Reinigungsservice und Fachbetrieb Schamari, stehen für Qualität, Flexibilität und Zuverlässigkeit. Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie noch heute ein kostenloses Beratungsgespräch. Untertitelung des ZDF, 2020